Datenschutz ist ein zunehmend wichtigerer Aspekt, auch in der alltäglichen Arbeit von sozialen Organisationen wie jener von Alex. Alex Kopf raucht. Die Datenschutzschulung war sehr anstrengend. Puh, es gibt so viel zu beachten. Alex möchte bei der Arbeit diesbezüglich alles richtig machen, aber blickt im Datenschutz für Waren noch immer nicht durch. Die Regeln sind zu Recht streng. Aber wie soll man denn gute Arbeit machen, wenn es so gefühlt jedem Tool einwendet zu lesen oder zu hören gibt? Und kontrollieren kann das doch eh niemand. Oder sollte Alex es lieber gleich bleiben lassen? So oder so ähnlich geht es vielen Fachkräften. Wenn sie sich mit der Einführung oder Nutzung digitaler Tools für ihre Arbeit beschäftigen, ist das Thema Datenschutz allgegenwärtig. Da Fachkräfte in der sozialen Arbeit in der Regel keine Fachkräfte für das Thema Datenschutz sind, kommt es häufig zu Überforderungen. Zwei gängige Reaktionen darauf sind entweder das Ignorieren des Datenschutzes, weil man vermeintlich eh nicht richtig machen kann, oder das Vermeiden von digitalen Tools aus Angst, etwas falsch zu machen. Wir wollen dagegen für das Thema Datenschutz sensibilisieren, gleichzeitig aber auch Fachkräfte bei der Benutzung von digitalen Tools handlungsfähig halten. Alex reflektiert die vergangene Arbeitswoche in Bezug auf Datenschutzthemen. Am Montag hat Alex eine Mail an den Kostenträger geschrieben und dabei personenbezogene Daten eines Klienten verschickt. Hat Alex richtig gehandelt? Was sind überhaupt personenbezogene Daten und warum ist deren Schutz so wichtig? Personenbezogene Daten sind alle Informationen, mit denen eine bestimmte Person identifiziert werden kann. Dazu gehören beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Gesundheitsdaten. Der Schutz dieser Daten und der Privatsphäre gehören zu den Grund- und Menschenrechten und muss unbedingt beachtet werden. Vor allem für Organisationen, die mit einer besonders vulnerablen Personengruppe arbeiten und beispielsweise behinderungsbezogenen Daten erfassen, ist ein sensibler Umgang wichtig. Dies betrifft nicht nur die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten. Es ist eine ebenso wichtige Aufgabe, die KlientInnen hinsichtlich eines sensiblen Zugangs und Umgangs mit ihren eigenen Daten zu unterstützen. Die vorgeschriebene Aufklärung über den Umgang der Organisation mit ihren personenbezogenen Daten sollte nicht nur als formale Notwendigkeit angesehen werden, vielmehr sollte es so gestaltet sein, dass eine Einwilligung informiert geschehen kann. Dafür ist ein entsprechendes Bewusstsein, Grundwissen und didaktische Fähigkeit auf Seiten der Fachkräfte notwendig. Das naheliegende wäre, einfach keine personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Das geht aber leider nicht. Um arbeitsfähig zu sein, müssen soziale Organisationen und ihre Fachkräfte personenbezogene Daten verwenden. Alle Personen, die in der beruflichen Qualifizierung und Vermittlung unterstützt werden, sind in ein Netz aus verschiedensten UnterstützerInnen, Kostenträgern, Betrieben, Eltern etc. eingebunden. Für den fachlichen Austausch, für Bewilligung und Rechnung oder organisatorische Absprachen mit Praktikumsbetrieben ist das Teilen von personenbezogenen Daten unerlässlich. Da diese Daten immer öfter so gehandhabt werden, dass sie von verschiedenen Orten abgerufen und papierlos versendet werden können, können sie ohne besonderen Schutz verloren gehen oder in unbefugte Hände gelangen. Dies betrifft im Übrigen auch das Homeoffice, wo der Umgang mit personenbezogenen Daten so erfolgen muss, dass beispielsweise Familienmitglieder keinen Zugang dazu bekommen. Am einfachsten ist es, das direkte Abbilden von KlientInnen zu vermeiden. Wenn das nicht geht oder sogar gewünscht ist, dass eine Person abgebildet wird, ist es wichtig, sich eine Einverständniserklärung einzuholen. Nichtsdestotrotz bleibt das Recht am eigenen Bild bestehen. Das bedeutet, dass es gewisse Leitlinien gibt, die vermeiden, dass die abgebildete Person negative Auswirkungen erfährt. Der Umgang mit Bildern und Fotos ist also immer sensibel handzuhaben, weil sie von Dritten weiterverbreitet oder verändert werden können. Dies gilt für alle Veröffentlichungsformen auf Social Media, Print oder auf der Website. Grundsätzlich sollte der Umgang mit Bildern nicht individuell entschieden werden, sondern in institutionellen Leitlinien festgehalten werden. Am Donnerstag hat sich Alex mit einer KlientIn bei einem Online-Meeting getroffen, ohne sich über den Datenschutz zu informieren. Anschließend hat sie Alex dann auch noch ein Foto für ein dringendes Bewerbungsschreiben in einem sonst nur privat genutzten Messenger geschickt. Ob das erlaubt war? Nicht nur die Inhalte von Mails können in unbefugte Hände gelangen, sondern auch Nachrichten in Messenger-Diensten oder in Videochats. Und selbst in einem vermeintlich unbedenklichen Szenario, wie etwa einem Whiteboard, auf dem Ziele für eine Klientin ohne Angabe ihres Namens festgehalten werden, die diese auf ihrem Smartphone abrufen kann, kann etwa die IP-Adresse der KlientIn erfasst werden. Es gibt Maßnahmen, die den Schutz dieser Daten erhöhen, wie etwa eine Verschlüsselung. Auch der Standort der Server von Tools spielt beispielsweise eine Rolle, um die Anforderungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. Für Laien im Bereich des Datenschutzes ist es schwierig, die Details zu verstehen und zu überblicken, welche Tools den Datenschutzanforderungen entsprechen und welche nicht. Für sozialpädagogische Fachkräfte geht es vor allem darum, um die Fallstricke zu wissen und sich vor der Nutzung von neuen Tools an die verantwortliche Person in der eigenen Organisation zu wenden. Im Falle von sozialen Organisationen sind das die Datenschutzbeauftragten. Diese Personen verfügen über einen entsprechenden fachlichen Hintergrund zur Bewertung von digitalen Tools und können unter Umständen auch vertragliche Vereinbarungen mit den Anbietern der Tools treffen. Alex hat verstanden, dass das Thema Datenschutz sehr umfangreich ist. So umfangreich, dass Alex als Laie nicht jedes Tool im Detail bewerten kann. Aber Alex konnte sich noch einmal vergegenwärtigen, welche Daten es eigentlich zu schützen gilt und warum das so wichtig ist. Das Thema Datenschutz zu ignorieren ist also keine Option. Da Alex-Organisation nicht auf digitale Tools für die Qualifizierung und Vermittlung ihrer ClientInnen verzichten möchte, hat sie mit ihren Datenschutzbeauftragten Leitlinien erstellt, welche Tools zu welchem Zweck verwendet werden dürfen. Bei Nachfragen oder bei Vorschlägen für den Einsatz neue Tools kann sich Alex ebenfalls an die Datenschutzbeauftragten wenden. Das Thema Datenschutzbeauftragten Leitlinien Untertitelung. BR 2018